Die ersten Medaillen, die es in Graz zu vergeben gibt, am Hauptplatz mit Sonnenschein übergeben dürfen, das freut mich schon sehr. Wir haben eine tolle Stimmung, eine tolle Grundstimmung in der Stadt. Die Menschen lächeln viel mehr als sonst. Das würde ich mir schon das ganze Jahr über wünschen. Es freuen sich alle mit den Sportlerinnen und Sportlern mit. Aus den Hallen höre ich nur, dass Gott sei Dank auch genügend Publikum da ist, um unsere Sportlerinnen und Sportler anzufeuern. Und es ist ein wunderschönes Ereignis mit einer ganz klaren Botschaft in die Welt hinaus. Nicht gegeneinander, sondern mehr miteinander brauchen wir. Dem einen oder anderen auch Gemeinschaftsbänder zu knüpfen, ich glaube, das brauchen wir auch dringend. Wir haben den Kopf so voller Vorurteile und es ist ganz gut, wenn man in mehreren Ländern dieser Erde Freunde hat. Und ich hoffe, sie werden viele Freundschaften knüpfen. Von den Sportlerinnen und Sportlern auch ich in den letzten Wochen wieder viel lernen dürfen. Sie gehen so fröhlich, so ohne jeglichen Vorurteil auf dich zu, umarmen dich. So sollte die Welt vielleicht überhaupt sein.